Auf der internistischen Station behandeln Dr. Jutta Traub und Schwester Selvia eine junge Frau, die von ihrer Schwester in die Klinik gebracht wurde. Die Patientin hat dramatisch an Gewicht zugelegt. Nun soll untersucht werden, ob sie womöglich zuckerkrank ist. Okay, und Sie kommen vom Hausarzt. Können Sie ein bisschen erzählen? Wir haben eine Überweisung, also ich habe eine Überweisung bekommen. Genau, vielleicht erzähle ich Ihnen, weil die Jana nimmt das, glaube ich, nicht so ernst. Und sie ist, weiß ich nicht, seit acht Monaten hat sie einfach eine Gewichtszunahme enorme jetzt gehabt. Und wir sehen uns zwei jetzt selten, aber sie sind bestimmt über 20 Kilo. Also wir sehen uns zwar jetzt selten, aber letztes Mal war es schon sehr viel. Sechs Monate. Und jetzt habe ich mich total erschrocken. Aber ich weiß jetzt nicht so dramatisch. Ja, aber sie hat sich einfach verändert. Können Sie mir so ein bisschen erklären, was sich in diesem Zeitraum von acht Monaten verändert hat? Essen Sie, haben Sie andere Ernährungsgewohnheiten? Bewegen Sie sich weniger? Eigentlich alles dasselbe. War eine heftige Krankheit vielleicht dazwischen mal? Gar nicht. Gar nicht. Sie ist nur sehr durstig. Ich habe zwar viel Durst, ja. Ja, und die Haut ist? Ist auch relativ trocken. Die ist ganz trocken, ja. Ich habe vermutet, dass es ein Priorität Diabetes ist, weil die Hauttrockenheit, der vermehrte Durst, die gesteigerte Urinausscheidung mit dem nächtlichen Wasserlassen, das gibt so ein bisschen ersten Hinweis. Wie lange haben Sie denn die Schnittwunde hier haben Sie dann? Von letzter Woche. Wir haben gekocht, ich und mein Freund, und da habe ich mich geschnitten. Das ist aber ein bisschen lang für eine Woche. Ja, finde ich auch. Also wir machen jetzt direkt mal Blutuntersuchungen, also im Labor, einfach mal zu gucken, wie sehen die Diabetes, also wie sehen die Blutzuckerwerte aus, damit wir da so einen Anhalt haben. Dann nehmen wir direkt auch die Schilddrüse ab, die Blutfette sind auch ganz wichtig und dann messen wir mal noch Blutdruck und Puls, damit wir einfach so eine Orientierung haben. Ich verstehe den ganzen Aufwand. Ja, ich glaube, du nimmst die ganze Sache nicht ernst. Ja, den Eindruck habe ich auch wirklich nachgelesen und das ist wirklich eine ernstzunehmende Krankheit. Diabetes ist keine schöne Diagnose, gute Frau. Du hast vorhin einen Blutzuckerspiegel gemessen, wie hoch war denn der? Der lag bei, warte, sofort noch mal, 134. Boah, das ist schon, also das ist deutlich zu hoch. Wann haben Sie denn gegessen? Lass mir das einfach wissen. Ein Stück ungefähr. Okay. Mit Wurst, aber der kommt da immer hoch und trotzdem auch Gewicht. Wir gucken uns das Labor jetzt an und dann machen wir einfach, nachher diskutieren wir die Geschichte. Und dann haben wir einfach Parameter, mit denen wir was anfangen können und wo wir dann auch genau sagen können, was Sache ist. Sie bleibt aber hier, die stationär aufgenommen? Sie bleibt hier, ja, wir müssen das einfach abklären, denn diese starke Gewichtsaufnahme, Zunahme, das ist schon, doch, das ist 18 Kilo, 20 Kilo haben Sie gesagt, 20 Kilo in acht Monaten, das ist wirklich ein bisschen heftig. Da müssen wir einen Grund für finden. Dass die 30-Jährige die Ursache kennt, aber verheimlicht, wird sich später noch herausstellen. Mittlerweile wurde die Frau stationär aufgenommen. Als Dr. Jutta Traub sämtliche Untersuchungsergebnisse besprechen will, ist auch der Freund der Patientin eingetroffen. Frau Schatz, das sieht leider wirklich gar nicht gut aus. Also der Zuckerspiegel im Blut ist so hoch, dass sogar im Urin Zucker zu finden ist. Und das, obwohl Sie ja behauptet haben, Sie haben dazwischen nichts gegessen. Also auch diese Zuckerbelastung deutet eindeutig in die Richtung Prä-Diabetes. Und wir haben jetzt, ja, damit es nicht zu spaßig ist, wir haben jetzt vier Parameter vom, nicht diabolisch will ich schon sagen, vom tödlichen Quartett. Nennt sich das. Das ist das Übergewicht, das ist der Zucker, der zu hohe, dann sind die Blutfette entgleist und wir haben einen hohen Blutdruck. Das habe ich auch von der Krankenschwester eben gehört. Wir müssen jetzt einfach bestimmte Sachen regeln, wir müssen die Ernährung umstellen, sie müssen sich mehr bewegen. Und dann haben wir mit den Arzneimitteln die Chance, dass sich das alles wieder in Wohlgefallen auflöst. Also dass das alles wieder weggeht. Hallo. Kannst du mir gehen, ich nehme es sogar. Also wie gesagt, das kann sich alles wieder zurückbilden, aber wir brauchen Ihre Mitarbeit und die Mitarbeit von der ganzen Pro. Sie brauchen dabei Unterstützung. Also das heißt, es gibt eine Ernährungsberatung, eine Ernährungsschulung. Sie geben jetzt, das ist super, das ist das neue Essen. Mager, das sind das Quark? Das ist Quark und Vollkornbrot. Genau, das ist absolut super, um die Blutfettwerte und die entgleisten Fettwerte wieder auf, ins Normalbereich zu bewegen. Frau Schatz, das ist wichtig. Das ist der Gart, wird man davon aber nicht, oder? Doch, da müssen Sie sich dran gewöhnen. Ich bin ja später was richtiges. Nein, das geht nicht. Sie machen gar nichts. Zum Burger oder sowas willst du nicht mehr haben. Herr Mielke, Herr Mielke, nichts. Sie machen gar nichts. Ich glaube, dass hier gar keiner mitbekommen hat und keiner irgendwie versteht, wie ernst die Lage ist. Haben Sie nicht verstanden, was Sie gerade erklärt hat? Und Sie werden hier gar nichts tun. Sie werden kein Essen mitbringen, Sie werden weder das eine noch das andere machen. Sie lassen Sie bitte in Ruhe. Sie bekommt das Essen, was vom Krankenhaus ist. Und nur das werden Sie bitte verzehren. Das hat einen Grund. Sie hat Ihnen das gerade sehr deutlich erklärt, aber irgendwie kommt nichts an, habe ich das Gefühl. Und deshalb ist es auch wichtig, dass Sie Tagebuch führen, und zwar kleinlich. Alles aufschreiben, was Sie über den Tag essen. Alles. Und was Sie trinken. Also ich meine jetzt nicht Wasser. Also Wasser brauche ich nicht aufschreiben. Genau, gesüßte Tränke oder Milch im Kaffee kommt auch auf das Papier, damit wir eine Kontrolle haben. Wir müssen einfach wissen... Ist das der Zucker und Milch im Kaffee? Ja, 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 ja. Auch der Zucker im Kaffee. Wir müssen einfach wissen, wie Sie zu diesem Übergewicht und dem Prädiabetes kommen. Gut, jetzt lassen Sie sich das bitte schmecken. Ja, wir kommen gleich da Blutzucker messen. Ja, also ich komme gleich. Gut. Bis die Werte wieder im Normbereich sind, muss die 30-Jährige in der Klinik bleiben. Doch auch drei Tage später ist ihr Blutzuckerspiegel noch immer nicht gesunken. Und das, obwohl die Patientin fast nichts mehr isst. Ärztin und Schwester kontrollieren, was die übergewichtige Frau zuletzt zu sich genommen hat. Was ist denn das? Sie hat gar nichts gegessen. Sie hat gar nichts gegessen. Aber was stimmt denn da nicht? Dann wäre doch der Blutzucker ganz runter. Das ist doch komisch. Die muss doch irgendwie zusätzlich was essen. Das gibt es doch gar nicht. Ich verstehe es auch nicht. Deswegen, das ist wirklich kurios. Also die wäre ja wirklich was für... Okay, komm hier, geh mal rein. Ach, da kommt die Schwester. Da kommt sogar noch die Schwester. Wir wollten gerade zu ihrer Schwester. Okay, super. Dann bringe ich ja nicht weit. Ja. Ja. So, hallo zusammen. Hallo. Frau Schatz, das ist nicht so richtig gut, wie wir uns das erhofft haben. Das ist jetzt schon der dritte Tag hier und die Werte sind eigentlich unverändert hoch. Können Sie sich das erklären? Wir sind wirklich völlig ratlos. Ich brauche mal das Tagebuch. Das Tagebuch, liegt das nicht bei euch? Nein. Und wenn ich mal so rüberspickse, für wen sind denn die Süßigkeiten da? Wo sind das Süßigkeiten? Ja, guck mal da und guck mal hier unten. Ach du mein Gott. Ach, man muss da jetzt kein Drama draus machen, so für ein Stückchen Schokolade. Mit Stückchen Schokolade? Ich weiß sogar, welche mit Erdbeer, da ist ja Frucht drin. Das ist gut für dich. Also hören Sie mal, Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie glauben, dass hier Früchte drin sind. Also das ist doch wohl... Ja, aber ich meine, von dem Krankenhaus Fraßkantin, sie ist todunglücklich und ihr geht's nicht gut. Aber die haben nicht mitgekriegt, dass sie einfach einen zu hohen Zuckerspiegel hat. Haben wir nicht noch irgendwie so ein Bild vom diabetischen Fuß irgendwo? Ja, aber ich bin doch Ihr Freund, ich kann aber wohl noch bestimmen, wann meine Freundin hier ist oder was hier ist und so weiter. Stopp, stopp, stopp. Ja, aber guck doch mal, wie gut sie aussieht. Wir beruhigen uns, wir beruhigen uns jetzt erstmal alles. Herr Mirko, wir gehen mal kurz raus. Können wir mal kurz rausgehen, bitte? Ich verstehe das Drama nicht, was jetzt hier draus gemacht wird. Ja, das klären wir gleich, das Drama. Das klären wir untereinander. Wir kommen gleich wieder rein. Hören Sie mal, das habe ich gesehen. Sie sind total schockiert. Also ich kenne ihn ja nicht. Also ich habe ihn jetzt hier auch das erste Mal kennengelernt und sie hat ihn immer irgendwie vor mir versteckt. Ich finde das merkwürdig, das ist doch nicht normal. Nee. Haben Sie ihn hier beobachten können in der Zeit, wo Sie da waren, wo Sie Ihre Schwester besucht haben? Da war er ja doch meistens anwesend. Ja, also zu Hause, sie war, wie gesagt, immer zu Hause mit ihm die letzte Zeit. Ich meinte jetzt hier im Krankenhaus. Diese letzten drei Tage, wir haben halt immer, wir haben das Problem, am Gewicht ändert sich gar nichts. Aber vor allem das Dramatische ist halt, dass der Zucker nicht runtergeht und der müsste einfach runtergehen. Aber ich weiß auch nicht, ich habe mit ihr schon zahlreiche Gespräche geführt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich es ihr erklären soll. Wir haben ja einen diabetischen Fuß hier auf Station, ich hole mal da Ihre Bilder und dann braucht ihr mal so einen Schockmoment. Vielleicht braucht ihr mal so einen Schockmoment. Ja, weil Diabetes ist einfach die Zivilisationskrankheit Nummer eins und die macht halt Gefäßverengungen. Und das kann zur Blindheit führen, das kann zu Polyneuropathie, dass man kein Gefühl mehr hat. Das ist so ein typischer Fuß, wie er halt im... So kann ein diabetischer Fuß aussehen. Gehen wir mal rein. Was ist denn das? Die Tür verrammelt? Warte mal, nicht, dass mir was jetzt gleich hier entgegenkommt. Hallo? 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 Sagen Sie mal, Herr Mielke. Herr Mielke, was machen Sie denn da? Nein, ich wollte ein bisschen Schokolade essen. Sie wollten ein bisschen Schokolade essen. Glauben Sie, wir halluzinieren hier alle? Wir haben doch gerade gesehen, dass Sie versucht haben, ihr was davon zu geben. Sie sagt nein. Sie sagen ja. Was für ein Drama. Ja, aber es ist doch schön. Was ist denn schön? Es ist doch schön, wie sie so ist. Es könnte auch viel mehr dran sein. Das finde ich scharf. Sagen Sie mal, habe ich das jetzt richtig gehört? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie ist krank. Die ist krank. Ja. Das hat nichts damit zu tun mit Schönheit oder Nicht-Schönheit. Sie ist krank, weil sie nicht richtig zu essen bekommt. Nein. Sie ist krank, weil sie einen zu hohen Zucker hat. Sagen Sie mal, mit Ihnen stimmt aber auch irgendwas nicht. Kann das sein? Sie wollen mir doch nicht allen Ernstes weismachen. Haben Sie nicht Zucker? Die Frau ist krank. Sie geben ihr noch mehr Zucker, damit der Zucker noch mehr steigt. Ich weiß doch, was ihr gut tut. Ja, es ist tatsächlich eine Krankheit. Und es ist auch nicht so selten, dieses Feeding. Es gibt tatsächlich Männer, die Frauen füttern. Um es jetzt mal plakativ auszudrücken. Die Gefallen daran finden, wenn Frauen immer dicker werden. Und es gibt auch Männer, wenn die Frauen ein gewisses Gewicht schon erreicht haben. Das kann bis zu 250 Kilo werden. Dass sie tatsächlich dann auch diese Frau verlassen und sich ein neues Opfer suchen, was sie dann vollfüttern können. Und das ist tatsächlich eine Krankheit. Du lässt dich doch gerne von mir verwöhnen. Also Frau Schatz, jetzt mal Hand aufs Herz. Wollen Sie mir erzählen, Sie fühlen sich gut? Zeig mir mal den Fuß. Das Diabetes macht zum Beispiel sowas. Das ist ein diabetischer Fuß. Das kommt, weil der Zuckerspiegel zu hoch ist und die Durchblutung halt einfach schlecht. Aber das ist doch jetzt reine Panikmache. Ich finde das nicht gut, dass Sie meiner Freundin hier so eine Angst machen. Sag doch auch mal was dazu. Hey, hören Sie zu. Wir machen ihr keine Angst. Das hier ist noch die harmlose Variante. Und das ist schon schlimm genug. Und wir haben... Und das wird schlimmer werden. Das ist keine Spätfolge. Das ist das, was sie erwarten kann und dann kürzester Zeit. Jetzt haben wir noch Prädiabetes. Wir können was machen. Aber wir müssen alle zusammenhalten. Also ihre Umgebung, ihre Familie müssen unterstützen. Ernährung umstellen, Bewegung. Du bist doch perfekt, wie du bist. Du könntest noch viel besser sein. Du willst doch nicht so ein Klappergestell wie deine Schwester vielleicht werden, oder? Ja, aber es geht doch um eine Gesundheit. Weißt du, auf sowas habe ich keinen Bock. Du weißt, dass ich auf kräftig stehe. Sie hat die Macht, sie hat die Entscheidung, was sie ist. Ich finde es toll, wie du mir Komplimente machst, dass du mich so liebst, wie ich bin. Aber sowas will ich nicht haben. Weißt du, du kannst dich... Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Weißt du, wenn du dich beruhigt hast und wieder vielleicht zu deinen Sinnen gekommen bist, dass ich dir guttue und du dich auch wirklich gut fühlst, dann kannst du dich wieder bei dir melden. Ja, aber darauf habe ich einfach echt keinen Bock. Also melde dich einfach, wenn du dich wieder besinnt hast. Ich gehe jetzt, ich habe echt keinen Bock drauf hier. Ja, das ist auch eine sehr gute Idee und ich denke, dabei sollten wir es auch belassen. Am Verhalten von Herrn Mielke, als er sich halt wirklich gut entbrannt aus dem Zimmer gemacht habe, da war es einfach klar, der will gar nicht unbedingt haben, dass seine Freundin gesund ist. Der will sein dickes Pummelchen haben, dass er halt einfach zu Tode füttern kann im Prinzip. Ja, Mensch, geht's dir wieder besser? Ja, doch. Was ist denn da passiert? Ich bin froh, dass er weg ist, ehrlich. Ja, es ist schön zu hören, dass sie begriffen haben, nicht verstanden, sondern wirklich begriffen haben, wie ernst es um sie steht. Das war mehr, wie Liebe geht durch den Magen. Ja, aber er hat mich auf Händen getragen und hat mich halt immer bekocht und hat mir immer Essen gegeben und hat immer gesagt, wie toll ich dann aussehe. Ja, aber er achtet überhaupt nicht auf deine Gesundheit. Ja, Obst und Gemüse kenne ich schon seit einem halben Jahr nicht mehr. Ja, das erklärt so einiges. Weißt du was, es ist nicht der Richtige, definitiv nicht. Nee, das habe ich wohl jetzt auch eingesehen. Ich glaube, das war eine reife Entscheidung. Und die hat die 30-Jährige auch nicht wieder rückgängig gemacht. Sie hat sich eingestanden, dass sie aus Liebe alles gegessen hat, was ihr psychisch kranker Freund ihr vorgesetzt hat. Nach der Trennung hat sie ihren Blutzuckerspiegel und ihr Gewicht wieder in den Griff bekommen und erfreut sich bester Gesundheit.